Hallo Leute und herzlich willkommen bei PandidoTV. Diesmal wieder mit einer Spezialfolge, die 5 besten Urlaubsreisen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dem Video. Nummer 1 Ach, das ist also ihre Hochzeitsreise, ja? Da gratuliere ich aber herzlich. Wir haben extra eines unserer schönsten Zimmer für sie reserviert. Selbstverständlich, mit mehr Blick. Es ist Zimmer Nummer 201. Ich führe sie eben hin. Und keine Sorge wegen dem Gepäck. Lassen Sie es einfach stehen. Es wird prompt auf Ihr Zimmer gebracht. Oh wirklich? Das klingt ja wunderbar. Nicht wahr, Schatz? Ein Zimmer mit mehr Blick. Der Urlaub beginnt ja schon wunderbar. Ich bin gespannt, wie er weitergehen wird. So, und da wären wir auch schon. Das hier ist Ihr Zimmer. Sie müssen einfach nur die Schlüsselkarte oben hineinschieben. Und schon öffnet sich die Tür. Hereinspaziert. Wow, das ist wirklich wunderschön. Wow, Schatz. Schau dir dieses wunderschöne und riesige Zimmer an. Oh, und schau mal. Sogar ein Getränk zur Begrüßung. Etwas Obst. Und sogar frische Blumen. Oh, und schau dir nur diese riesige Badewanne an. Ja, ich denke, hier könnte es mir wirklich gefallen. Oh ja, ich freue mich auch schon sehr. Oh ja, das müssen Ihre Koffer sein. Einen Moment bitte. So. Vielen Dank, Jimmy. Okay, Ihr Gepäck wäre dann also auch hier. Dann hätten wir alles soweit, denke ich. Ihre Schlüsselkarte lasst Sie selbstverständlich hier liegen. Und sollte noch irgendetwas sein, melden Sie sich einfach bei mir an der Rezeption. Ich wünsche Ihnen dann weiterhin einen wunderbaren Aufenthalt in unserem Hotel. Mann, oh Mann, du, das ist echt ein tolles Zimmer. Und Liebling, was möchtest du als erstes machen? Hm, wie wäre es, wenn wir erst mal an den Strand gehen? Da habe ich mich den ganzen Flug über drauf gefreut. Und, und wenn wir dann später am Nachmittag zurückkommen, können wir dann erst mal unseren Koffer auspacken und etwas essen gehen. Oh ja, das halte ich für eine sehr gute Idee. Dann mal auf zum Strand. Ja, das war wirklich sehr schön am Strand. Aber jetzt freue ich mich auf einen entspannten Abend in unserem Hotelzimmer. Wir könnten ja erst ein entspanntes Bad nehmen. Nummer zwei. Mama, Mama, wann kommen denn endlich die Nachbarn? Hm, die müssten jede Minute da sein. Hallöchen, Hallöchen, wir sind schon da. Tut uns leid, wir sind ein paar Minuten zu spät. Ich habe noch einen Salat mitgebracht. Und danke für die Einladung. Oh, wie toll. Ja, wir freuen uns doch auch, wenn ihr hier seid. Ist doch alles schön. Kommt, wir setzen uns hin. Wir können ja schon mal etwas Salat essen, während mein Mann noch grillt. Margarete, der Salat schmeckt wirklich gut. Hast du irgendwie eine andere Soße gemacht als sonst? Oder was ist dein Geheimnis? Oh, danke schön. Ja, ich benutze Apfelessig statt dem normalen Essig. Fleisch ist fertig. Bitte alle zum Grill kommen und Essen fassen. Ich hätte gern ein Stück Fleisch. Was mag ich nicht so gern? Überhaupt kein Problem. Hier, bitteschön. Papa, ich mag am liebsten Würstchen. Weißt du, ja. Selbstverständlich, Liebling. Hier für dich. Oh nein. Nummer drei. Guten Tag, meine sehr verehrten Fluggäste. Ich bin Ihr Pilot. Willkommen zum Flug hier von Plemo City nach Plemo Island. Wir starten in Kürze. Bitte bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position. Klappen Sie die Tische hoch und schneiden Sie sich an. Was geht los, Carla? Ich komme. Ich komme. Und, fliegen Sie auch zum ersten Mal? Naja, zumindest zum ersten Mal in so einem Passagierflugzeug, ja. Ah, verstehe. Darf ich fragen, wo Sie Urlaub machen? Ach, ich besuche eine Freundin vor mir. Oh, na hat sie aber Glück, jemanden wie Sie zu haben, nicht wahr? Ja, absolut. Jeder könnte sich glücklich schätzen, mich als Freund zu haben, finde ich. Sehr geehrte Passagiere, hier spricht Ihr Pilot. Wir setzen jetzt zur Landung an. In Kürze erreichen wir Plemo Island. Bitte bringen Sie Ihre Sitze in eine senkrechte Position und klappen Sie die Tische hoch. Wow, was für ein Wetterchen. Sehr, sehr schön. Okay, so, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, ja, hallo? Karlchen, hier ist Carla. Wo steckst du denn? Oh, danke, dass du anrufst. Ich bin gerade gelandet, stecke am Flughafen. Wo muss ich denn hin? Ich warte auf dich. Ich bin an der Inselbahn hier im Plemo Hafen. Schnapp dir einfach ein Taxi und komm her zu mir. In Ordnung, geht klar. Bis gleich. Taxi! Wieder einsteigen. Zur Inselbahn am Plemo Hafen, bitte. Gut, klar. So, da wären wir am Plemo Hafen. Super, vielen Dank. Das Rest kannst du behalten, Kumpel. Vielen Dank, Sir. Adios. Okay, Carla, 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 wo steckt sie denn? Hier drüben, Karlchen. Uhu, hallo. Oh, Carla, komm mal, lass dich drücken. Komm mal, lass dich drücken. Ach, ist das schön. Wie bist du denn so schnell hergekommen? Na, direkt nach dem Anruf saß ich im Prinzip schon im Flieger. Wow, das ist aber toll. Na los, komm erst mal mit zu barmen. Wir nehmen einen Drink. Aha, das bedeutet also, Tony Räuberschreck hat keine Ahnung, wo ich bin? Absolut. Tony hat keinen Plan, wo du steckst. Niemand weiß, wo du bist, außer mir. Oh, das ist so lieb, Karlchen, dass du mich deckst. Und wie gefällt dir Playmo Island bisher? Oh, ganz ausgezeichnet. Ich habe hier auch herrliche Gesellschaft. Und so einen Kokosnuss-Drink wollte ich schon immer mal probieren. Na, dann hast du aber Glück gehabt. Hier auf dieser Insel gibt es die besten Kokosnuss-Drinks der Welt. Oh Mann, ich würde gerne ihre Hand nehmen. Das ist ja schwerer, als hier den größten Safe der Welt auszurauben. Ein Stück noch. Los, Karlchen, tu es. Ja, ja, ich habe sie berührt. Weißt du eigentlich schon, wo du heute übernachtest, Karlchen? Ach, ich weiß nicht. Ich brauche nicht viel. Ich lege mich an den Strand und denke mich mit Sand zu. Ach, Papperlapapp, du schläfst doch nicht am Strand, du Dussel. Ich habe ein großes Bungalow. Du kommst mit zu mir? Ich habe nur eine Couch frei. Äh, ja, nur gut. Ich sage mal, ich sage nicht nein, oder? Ja. So, Karlchen, da wären wir schon. Los, immer rein in die gute Stube. Oh, das darf ich mir nicht zweimal sagen. So, Karlchen, da wären wir. Auf dieser Couch hier kannst du schlafen. Hm, sieht ein bisschen mickrig aus für meine Begriffe. Keine Sorge, die kann man ausklappen. So, ich hoffe, jetzt ist sie groß genug für dich. Hier ist auch noch der Fernseher, bitte für dich wie zu Hause. Na dann, Karlchen, gute Nacht und bis morgen. Ja, schlaf du auch gut, ne? Okay, da will ich mich auch gleich mal aufs Ohr hauen. Ich will morgen ausgeruht sein, denn morgen beginnt ja mein Urlaub mit Carla. Nummer 4 So, Malte, denk dran, bald kommen die neuen Gäste. Bis dahin müssen alle Zimmer tipptoppi sein. Alles klar, Michaela, ich kümmere mich sofort. Gut, während Malte die Zimmer klar macht, bringe ich die neue Kaffeemaschine an. So, und in das Regal da hinten muss auch noch ein wenig Ordnung. Oh, ach, ich muss erst mal die ganzen Schlüssel wieder einsortieren. Wie läuft's bei dir, Malte? Ähm, ja, geht so. War das Zimmer schon immer so kahl? Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen einrichten noch. Wir brauchen ein Bild, ein Bett natürlich, die Dusche, einen Tisch und ein Fernseher. Na also, sieht doch einladend aus. Mal ab ins Nebenzimmer gucken. Ach, hier ist ja genauso kahl. Na gut, also, ein Bild, ein Bett, die Dusche, ein Tisch und natürlich den Fernseher. Malte, vergiss nicht, dass die Gäste aus Zimmer 101 noch ein Kinderbett bestellt haben. Gut, alles klar, dann noch ein Kinderbett. Perfekt, jetzt können die Gäste kommen. Schau mal, Schatz, da ist das Hotel. Oh, das sieht aber schön aus. Ja, auf jeden Fall. Na, lass uns sofort mal reingehen. Schönen guten Tag. Wir sind die Müllers und wir haben reserviert. Ähm, ja, Sekunde, ich gucke schnell. Ja, genau, die Müllers. Perfekt, Sie haben das Zimmer 101. Hier, bitteschön. Ah, schönen Dank. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt hier und erholsame Ferien. Was für ein Service, Schatz, nicht wahr? Oh ja, hier kommen wir auf alle Fälle öfter her. Die Nummer 5. Ach, ich freue mich so auf unseren Urlaub, Schatz. Ja, absolut. Das haben wir uns auch wirklich verdient. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis unser Flug aufgerufen wird. Letzter Aufruf für die Passagiere der Pacific Airline nach Playmo Island. Bitte jetzt einsteigen. Oh, hast du das gehört, Schatz? Das sind wir, das sind wir. Los, komm, beeil dich. Ja, ja, das sind wir. Absolut, ich komme. So, bist du bereit? Gleich geht's los. Ein paar Passagiere fehlen nur noch. Da sind wir, da sind wir. Bitte nicht losfliegen, wir sind da. Bitte noch nicht starten, wir sind da. Entschuldigung, wir sind schon da. Kein Problem, kein Problem. Bitte folgen Sie mir zum Gepäck. Immer mit der Ruhe, meine Herren. Ich gehe schon mal in die Maschine und mache mir startklar. Na dann, los geht's. Ich will mein Surfbrett endlich mal ablegen. Komm. So, da wären wir. Hervorragend. Gut, kleinen Moment bitte. So, danke. Können Sie Ihr Gepäck bitte einfach einladen. Danke. Okay, wäre das dann alles? Ja, genau. Die Tasche hier nehme ich als Handgepäck mit. Na dann, wunderbar. Klappe zu und wir sind startbereit. Dürfte ich Sie da mitten einzusteigen und Ihre Plätze zu beziehen? Oh ja, unbedingt. Urlaub, wir kommen. Ha ha, guck mal, Schatz. Hm, was meinst du? Na, wir haben das Flugzeug fast ganz für uns alleine. Ist das nicht cool? Tja, ist ja auch kein Wunder. Wir haben den Flug nach Playmo Island ja immerhin außerhalb der Saison gebucht. Oh, es scheint loszugehen. Hör mal zu. Sehr geehrte Gäste, ich möchte Sie kurz einweisen auf unserem Flug nach Playmo Island. Die Flugzeit wird in etwa zweieinhalb Stunden betragen. Zum Start bringen Sie bitte Ihre Sitz in eine senkrechte Position, klappen Sie die Tische hoch. Etwa in der Hälfte des Fluges werden Essen und Getränke serviert. Wenn dann alles soweit klar ist, kann es doch losgehen. Toweran Pacific Airline, die Rollbahn ist freigegeben. Sie können starten. Ich wünsche einen guten Flug. Liebe Fluggäste, hier spricht Ihr Pilot. Die Rollbahn wurde soeben freigegeben. Wir werden jetzt starten. Bitte schneiden Sie sich an. Ich wünsche Ihnen bereits jetzt einen guten Flug. Rotor 1, Start. Rotor 2, Start. Und Abflug. Sehr geehrte Fluggäste, wir setzen nun zur Landung auf Playmo Island an. Bitte schneiden Sie sich an und genießen Sie die Aussicht. Wow, es ist ja warm. Ha, endlich da. Ja, und der Flug war auch völlig problemlos. Du weißt, was das heißt? Endlich Urlaub. Wenn ihr kein Video von uns mehr verpassen wollt, dann abonniert PandidoTV. Dafür klickt ihr einfach links oben auf das runde Panda-Logo. Und wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Also dann, bis später.